Hey, alles raus! Der Typ mit dem großen Bad, ne? Der war erst hier. Der war erst mal Hartmann, ne? Alle mal Instagram-Bilder poliert. Kann man machen, kann man machen! Steht ab! Airport, right here. Wir müssen das begrenzt hier. Dort gibt's Berufsgefahr, der Hintergrund hier. Genau, das Autodahnfahrt. Vorfahren, welche Autos geklaut sind. Auch hier sind Mitarbeiter. Was fehlt nur der Schloss? Guti, guti, aber... Guti, 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 guti! Aber... Wir sind nicht bewundern, der ist schneller. Sehr schnell, oder? Lass mal fahren, oder? Ich hab die Videos... Du wolltest sagen, dass die Videos heute in Erinnerung gekommen sind, oder? Ja! Geh, karte! Nur die Grenze! Gereuf! Da, ne? Die Grenzen schon, brem! Geh, karte! Und los, 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 los! Nu da, ne? Das ist ja... Budget. Zu Begin! Die Säkse herr Food. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Wem sollt ihr eigentlich wissen, oder? Hallo, das geht ja auch. Oh, nein. Echt schon neu aus. Zwei Minuten, hey! Weißt du, aber wir merken gleich die Gondelspolle vorbei, komplett knapp. Also die Fahndung Euro war dafür, dass die andere abwärts sind. Ja, ja. Schade! Schade!